Herzlich Willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt Feine Geister und heute sind wir wieder in Irland. Oh ja, oh ja, Irland, muss ich sagen. Talamore war ich noch nicht, das ist eher so Süden von Irland, ne? Mittendrin. Mittendrin. Ich war bis jetzt nur in Dublin und ich glaube, ich war mit dir auch schon bei diesen ganzen Brennereien, aber das war so in der Zeit, wo ich noch nicht so versiert war bei Whisky und mich noch nicht so interessiert hat. Aber ich kann dir zustimmen, so ganz falsch warst du mit dem Süden nicht, weil der Talamore Dew wurde die letzten Jahrzehnte im Süden in Lizenz gebrannt und die alte Talamore-Brennerei zentral in der Republik Irland gelegen am Kanal, wo früher dann auch der Whisky verschifft wurde. Die wurde umgebaut zu dem Talamore-Erlebnis-Center mit Museum und so weiter, wo es also auch um den Herrn Daniel E. Williams, dieser Dew, das hat nichts mit Tautropfen zu tun, sondern es sind seine drei Initialen, wo der dort verehrt wird und gezeigt wird. Und vor sechs Jahren vielleicht 2014 wurde dann die neue Brennerei in derselben Gemeinde Talamore eröffnet, auch in der Mitte Irlands. Und dort produziert man nun hurtig nach dem Rezept, wie man ihn früher sich hat in Lizenz brennen lassen, selber diesen Whisky. Das heißt, das ist keine Brennerei, die am Meer liegt, sondern an einem Kanal. Für einen früheren Kanal, heute an der Autostraße. An einem Autokanal. Talamore, muss man dazu sagen, ist eine Whisky-Marke, die jetzt sehr bekannt, sehr verbreitet ist. Eine der weit verbreitetsten Marke der irischen Whisky-Welt. Und das liegt daran begründet, dass früher der Talamore einem Fake unterworfen war, und zwar innerhalb der Prohibition. Und zwar haben dort im Prinzip die Leute ihren Talamore Whisky genießen wollen. Und der kam mit der Aufschrift Talamore D.E.W. Daniel E. Williams. Und dann haben die Leute einfach auf ihren Billig-Whisky, den sie von irgendwo im Mundschein hergeholt haben, haben sie das DIW, das Dew, drauf gemacht. Und damit ist das ein bisschen verkommen, inflationiert worden. Haben sich aber mittlerweile wieder bekrabbelt und ist eine der größten irischen Whisky-Marken der Welt. Die Flasche selber, 40 Volumenprozenten, hier ein Liter für nur 17,90 Euro. Da zeigt es, wo die Brennblase ihren Sprit ablässt. Also das ist ein Massenprodukt, müssen wir ganz deutlich sagen. Allerdings wohl hervorragend auch geeignet zum Irish Coffee, weil er wohl intensivere Aromen hat, um gegen den Kaffee dann an der Stelle auch bestehen zu können. Was ich interessant finde, ist, man sieht es hier an der Seite schon, drei Brennblasen, dreifach destilliert. Genau, das heißt, man hat hochdestilliert und damit ist dieser Whisky von seinen Fuselölen auch befreit. Und damit gehört er zu den, sagen wir mal so, nicht den Kopfweh machen. Ist das einer der preiswertersten dreifach destilliert? Ja, wir machen ja immer bei jeder Flasche nicht Konkurrenz für die Konkurrenz, sondern aber er gehört zu den billigsten. Ja, ich kenne jetzt nur premium teurere aus verschiedenen Ländern mit dreifach Destillation. So einen, den man unter 20 findet, 5 Liter. 5 Liter, genau. Da habe ich dreifach destilliert, glaube ich, noch nicht gesehen. Normalerweise haben wir nicht so die Billigflaschen bei uns im Sortiment, aber hier, wo dann der Vorteil so gewaltig ist, weil es noch eine Literflasche ist, da haben wir ihn dann doch mit reingenommen. Ja, was wollte ich sagen, die Brennerei Talamor hat wieder aufgemacht. Allerdings ein voller Industriebetrieb, wir sind nicht reingekommen. Okay. Wann hat es hier aufgemacht? Ich glaube 2014. 2014, das heißt, wir sind jetzt 2020, das heißt, sechs Jahre, der wird es ziemlich sicher schon neu sein. Ja, absolut. Aber solche Geschichten wie der Talamor-Dieu 18, die werden ziemlich sicher noch aus dem alten Bestand sein. Da sieht man hier Schraubkappe, da reicht es vom Geld her, vom Verkaufspreis nicht. Kleinen Kocken. Kann ich reichen. Kann ich reichen. Ja, finde ich aber auch gut, dass ich mehr in den Inhalt investiere, als an die Kappe. Ja. So, dann schauen wir mal. Sanft. Sanft. Nochmal sanft. Also, der ist sehr, sehr mild. Spuren von Vanille, Spuren von milden Gewürzen. Also nicht irgendwie von Schärfe oder so richtig Gewürz, sondern so milde, aromatische Kräuter, irgendwas. Ja. Ja. Ja, mild trifft es auf jeden Fall sehr gut. Du sitzt heute so klein. Ja. Ich sitze heute ein bisschen benötig. Also, ja, er ist wirklich mild. Also, man merkt schon, der hat hat nicht so viel Intensität und es sind nur 40%. Also, das ist definitiv ein Kontrast zu einem mit diesen 46 oder 48 oder gar fast Stärke. Leicht würzig, ja, kann ich auch mitgehen. Scharf ist er nicht. Ich hätte jetzt mal irgendwo so Richtung so Brotgewürze oder sowas hätte ich jetzt getippt oder so in die Richtung. Auf jeden Fall sehr leicht und dreifach destilliert kann nicht so viel mitkommen. 40 Volumenprozente kann ich so viel drücken. Also, das ist jetzt ein sehr leichter. In der Nase, ja, so ganz leichten Böhm-Charakter hat er noch drin. Tschüss. Tschüss. Der Räumer kann schön, ne? Und zwar Eiche. Richtig fette, dicke Eiche. Und dazu eine sehr angenehme Orange. Also eine Orange und dann wieder Eiche. Dann geht es rüber zur zarten Bitterkeit. Es ist ja im Prinzip bei diesen Blended Whiskys immer gewollt, dass die so dermaßen mit der Eiche dann zuschlagen, weil die ja häufig zu mixen verwendet werden. Und dieses starke, starke Eichenaroma dürfte sich dann durch den Kaffee beim Irish Coffee dann durchsetzen. Was ich aber komisch finde, ist, bei dieser Eiche, es ist nicht so eine milde Eiche und auch nicht so eine vordergründige Eiche, sondern wie du schon gesagt hast, so, ach ne, du hast nicht Kaffee gesagt, du hattest irgendwo, was hattest du gesagt? Ich weiß nicht mehr, ich finde, es hat irgendwo so eine Bitternote. Also diese Eichennote äußert sich sehr in Schwere. Ja, leicht süße noch. Ich fand eigentlich, ich war total verwundert, als du dann so angefangen hast, weil wenn man ihn in den Mund nimmt, gleich am Anfang nimmt man sich, oh ja, das ist ein Wässerchen. Mit Mehlzart und Weich. Ich habe früher geschluckt, dass du. Und wenn du ihn dann runtergeschluckt hast, ja, also ich habe ihn diesmal definitiv länger als eine Sekunde pro Jahr Lagerungen im Mund gehabt. Und wenn du ihn runtergeschluckt hast, dann auf einmal breitet sie sich aus mit dieser ganzen Intensität, auch eine leichte Würzigkeit, Bitterkeit und... Und vorher eine Orange. Vorher eine Orange, ja, ja. Das war das, was du als diese... Ich würde aber sagen, definitiv keine Saftorange und keine Saft, sondern eher so die Schale, ne, Bitter. So in die Richtung, ne? Ja. Also definitiv ein Whisky, definitiv ein Irre. Dreifach destilliert, merkt man auch. Und zum Mixen sicherlich hervorragend geeignet. Du machst jetzt ja Cocktails. Gibt es da einen Whisky-Cocktail, für den man irischen Whisky braucht? Ja, gibt es ein paar. Aber ich muss jetzt auch nicht unbedingt für die Konkurrenzwerbung machen. Ich finde, ja, zum Mixen wäre er ganz gut geeignet, weil er wirklich eine Zutat ist, die schwer ist und nicht so viele eckige Kanten hat, wie zum Beispiel ein Wodka. Fände ich ihn um einiges besser. Und also mit einem richtigen Single Malt kann er nicht mithalten. Dafür hat er zu wenig Facetten, würde ich mal sagen. Komplexität ist was anderes, ne? Aber er ist lecker. Also man kann ihn trinken, wie du gesagt hast. Ist ein Whisky. Kann man den Namen schon draufschreiben. Aber halt einer vom preislichen Einsteiger. Ja, genau. Sortiment, würde ich mal sagen. Ja, gut. Gibt es bei Whisky.de auch im Shop zu kaufen? Schaut einfach mal vorbei. Kann man einfach hin und wieder mal so eine mitnehmen. Ist super für Leute geeignet, denen man mal zeigen will, ja, was irischer Whisky, was da im Einstieg so geht. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.